Läuft jetzt auch, denn sonst habe ich natürlich keine Chance, euch das zu zeigen. Gut, Thema Kräfte. Also wir haben also diese Agenda uns angeguckt und ich sage mal, für mich ehrlich gesagt, ich fand das immer toll. Kräfte kann man nicht sehen, weißt du? Ich hätte fast gesagt, wenn du irgendwo jetzt irgendwas belastest oder sowas hier, so ein Gummiring, den du auseinanderziehst, hier sowas, dann muss ich dran ziehen, dann sind da Kräfte dran, die sind mechanische Kräfte hier. Oder, ja, das Material reagiert im Inneren gegen die äußeren Kräfte. Man kann sie genau so wie Strom eben nicht sehen, aber sie sind natürlich da, weil du weißt ja auch, wenn ich da doll genug dran ziehe, dann werden die Dinger reißen und so weiter. Das heißt, die innere Vorstellung von der Belastung des Materials geht wirklich darauf zurück, dass du dir vorstellen musst, dass da die kleinen Atomen oder Moleküle sitzen, die wie kleine Magnete sozusagen so zusammenhängen, weißt du? Und diese Magnete, die, man könnte beinahe sagen, das sind Ur-Magnete, weißt du, Atommagnete, kann man sich ja immer so vorstellen, weißt du? Und da hast du eben ganz, ganz viele von, die irgendwie im Verbund, also im mikroskopischen Bereich aktiv sind. Und du siehst auch, wenn ich jetzt zu doll dran ziehe, denn diese Magnete sind echt Monster-Teile, weißt du? Da merkst du schon, die ziehen hier dran, weißt du? Und je weiter ich weggehe, desto weniger Kraft wird da sein. Ja, beim Metall ist es hier genau andersrum. Je weiter du weggehst, desto größer wird die Kraft und irgendwann wird sie so groß, dass du die Materialien wirklich trennst. Dann hast du zwei Teile. Da kann man sagen, oh, das ist aber gar nicht günstig. Ja, ganz so ist es ja nun auch wieder nicht, denn wenn wir Materialien echt trennen oder schneiden wollen, dann ist das natürlich schon auch ganz gut, dass man das dann also auch überwindet, diese innere Festigkeit des Materials. Und dann stanzen wir die Teile. Ich habe hier gar keine schlauen Teilchen so am Tisch. Doch, das hier habe ich hier so liegen. Das ist im Grunde genommen eine Werbebeigabe, wo sie mir hier praktisch mal so eine Druckfügung da gezeigt haben. Anstatt Nid, weißt du? Du kannst ja sehen, dass der ganze Mist hier zusammengestanzt ist. Das ist eben auch irgendwie eine innere Befestigung, hätte ich fast gesagt. Du siehst, dass außen das Material irgendwie abgestanzt sein muss, bevor es dann hier so verstemmt worden ist im weitesten Sinne. Und solche Kanten hier, das heißt also, da will ich das Material tatsächlich zerstören. Oder hier habe ich noch einen, so einen Flansch hier, der zeigt das eigentlich auch ganz gut. Natürlich kannst du das als Vollmaterial nehmen, abschneiden und bohren und so weiter. Ein Riesenaufwand. Diese Teile, die sind echt aus dem Blech, das kann man hier noch so ein bisschen an der groben Struktur erkennen. Also echt ein 6 mm oder 8 mm, weiß ich gar nicht, was schätzt du hier, wie viel das Ding da hat? 8 mm Blech, meine ich, müsste es sein. Ne, das ist ein 6 mm, ne? 6 mm Blech. Und da stanzen wir dann praktisch außen den Krempel aus und gleich die Löcher mit rein. Und dann hast du einen Flansch, den du irgendwie für irgendwas nehmen kannst. Der wird dann auf der einen Seite nochmal ein bisschen geschliffen, damit er schick ist. Und hier hinten hat man den nochmal plan gedreht. Also ist schon ein gewisser Aufwand. Aber das Ding eben im Grunde genommen jetzt nicht absägen zu müssen von der Salami. Da haben wir dann praktisch so die Kräfte, die wir überwinden müssen, die inneren Beanspruchungen müssen wir so groß machen, dass das Material versagt. Und jetzt soll es auch mal genügen. Also Kräfte sieht man nicht, sie sind Vektoren, sie sind gerichtete Größen. Und jetzt kommen wir mal zu dem, weil ich ja immer so ein kleines Intro raushaue nach dem Motto, wo finde ich im Formelheftchen was? Dann im Grunde, Kräfte sind, meine ich, hier hinten irgendwo angesagt. Also Festigkeit. Und ich will jetzt auch nicht so viel drauf rumreiten, weil ich glaube, die Formeln für sich hier sind relativ einfach. Die sind deshalb einfach, weil du sehen kannst, alles klar, was ich dir eben vorgemacht hatte. Ich ziehe dran, dann hast du irgendwo einen Querschnitt, weißt du? Das ist im Prinzip immer das, was du dir klar machen musst. Und das wird die Sache auch etwas verkomplizieren für uns. Wenn es nur ein einfacher Rechteckquerschnitt ist, dann weißt du schon, die Fläche ist immer A mal B. Aber wenn die Querschnittsfläche wirklich so ein bisschen blöder ist, und da habe ich mir heute ja mal eine rausgesucht, wie diese hier zum Beispiel, weißt du? Wo du irgendwie so eine ganz komische, du siehst die Fläche doch, das ist doch kein Geheimnis hier. Aber die muss ich natürlich kennen, damit ich die innere Beanspruchung dann auch im Material berechnen kann. Das heißt also, die Formel F durch S, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist zu finden, wie groß ist vielleicht der Querschnitt S, der hier jetzt eine Rolle spielt. Und genau darauf reflektieren die Prüfungsaufgaben dann zum Teil eben auch. Da war irgendwo so eine Ellipse, die man dann rechnen musste, oder irgendwelche Geburtenrohre oder sowas, weißt du? Da musst du immer genau gucken, dass du eigentlich immer nur diese Querschnittsfläche S brauchst, die dann auf der sich die Kraft gleichmäßig verteilt. Ja, bei Druck ist es doch auch kein Geheimnis. Das heißt, wenn ich das Material jetzt zusammendrücke, dann siehst du schon, dann bildet es so Falten und so weiter, weißt du? Das heißt, das reagiert ja auch auf meine Druckkraft irgendwie. Und ist genau das Gleiche wie bei der Zugbeanspruchung, nur eben umgekehrt. Im wahren Leben ist das schon was anderes, weil ich kann das Material nehmen und durchaus ziehen. Dann siehst du schon, dann reagiert das Material. Im wahren Leben ist, wenn ich es jetzt drücke, dann weicht es aus. Siehst du das? Das ist eine Instabilität. Und diese Instabilität hat mit der eigentlichen Druckbelastung nichts zu tun. Ich hätte fast gesagt, wenn ich jetzt die Länge kürzer mache, ja, dann siehst du wieder, wie das Material tatsächlich auf diesen Druck reagiert. Und solche Sachen, ich fand die immer tatsächlich als Ingenieur total klasse, weil ich immer gedacht habe, wie schaffen die das, Brücken zu bauen, ohne dass so eine blöde Bahn da runterstürzt und so weiter. Und naja, ich stand da wirklich vor so einer genieteten alten deutschen Brücke, kann man beinahe sagen, bei uns hier in Hamburg. Und habe mir das Ding angeguckt und habe echt überlegt, warum haben die hier den Träger eingezogen? Und warum haben die da 12 oder 15 oder 60 Nieten reingeballert? Weißt du, woher wussten die das? Und irgendwie war ich so neugierig, dass ich mir auch dann angetan habe, diesen Kram dann auch zu lernen. Okay, bevor du jetzt weiterquatscht, guckst du bitte drauf und sagst, das eine ist die Zugfestigkeit. Merk dir das mal so ein bisschen. RM ist die Zugfestigkeit. Das ist die maximal in einem Material ertragbare Spannung. Man könnte auch beinahe sagen, das ist die Spannung, bei der das Material reißt. Das heißt, papp, ganz so genau ist es nicht, aber so kann man es übersetzen. Und dann hast du diese Streckgrenze re. Diese beiden musst du wirklich echt ins Benehmen setzen, weil re heißt im Klartext, ich ziehe dran und das Material federt wieder zurück. Das heißt, ich mache nichts kaputt, sondern ich belaste es im Rahmen seiner Zulässigkeit. Und das ist eigentlich so für einen Schraubenschlüssel oder für eine Schraube oder sonst was genau das richtige Maß aller Dinge. Re, Elastizitätsgrenze, könnte man auch sagen, je nachdem. Die nennen das aber auch Streckgrenze hier im Normbereich. Also bis dahin federt das Material elastisch und geht nach Belastung wieder auf die Ursprungslänge zurück. Merken. RM ist eigentlich die Zugfestigkeit, bei der wir aus diesem Teil 2 machen. Das will ich hier nicht machen, das ist mir hier zu schade, das Teil. Aber du weißt schon, ziehst du immer mehr dran, dann wird es irgendwann mal plopp machen und dann hast du da eben zwei Teile. Und dann hast du praktisch die Zugfestigkeit. Merk dir das. Sicherheit bedeutet immer, naja, wenn ich da dran ziehe, dann kann ich es natürlich so, und jetzt musst du eben gucken, wenn ich daran ziehe und ich will es hinterher noch benutzen, dann darf ich nur bis RE ziehen. Und die Sicherheit heißt, naja, man weiß im wahren Leben immer nicht, wird genau das, was ich glaube, auch Wirklichkeit. Kann es nicht doch mal sein, dass aus Versehen mal ein bisschen mehr dran gezogen wird, weil ich sag mal, die Umstände unglücklich waren. Ja, dann brauchst du einen Sicherheitswert und der normale Sicherheitswert, den wir immer so in unserem technischen Bereich haben, der liegt so in der Größenordnung um die zwei herum. 1,8 ist schon ein bisschen wenig, 2,2 ist schon ganz gut, aber dazu muss man diese Sache eben auch ein bisschen genau kennen. Und manchmal steht dann da drin, bei zweifacher Sicherheit, bei dreifacher Sicherheit. Das bedeutet für mich immer nur, bei zweifacher Sicherheit hätte ich dann auch nur die Hälfte der zulässigen Spannung. Und was jetzt die zulässige Spannung ist, musst du im Einzelfall entscheiden, ob es eben elastisch oder kaputt gemacht werden soll. Okay, jetzt reicht es aber, mach mal weiter, sonst ist es 10 Minuten, also sind wir schon um. Flächenpressung erkennst du auch. Flächenpressung kannst du ja sagen, versuch das mal deutlich zu machen. Ja, wie denn? Nimm einfach eine Schraube und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann siehst du schon, dann drückt sich das Ding zusammen. Das ist eigentlich auch eine Druckbeanspruchung, aber wir beide sind uns doch einig. Die Flächenpressung, die Druckspannung auf der Schraube ist auf jeden Fall mal deutlich größer als hier in diesem Zwischenring. Und wenn ich da jetzt so drauf drücke, dann siehst du genau, was passiert. Das untere Material geht wieder auseinander, wird wieder auf Druck beansprucht und dann kommst du eigentlich nur dahin. Und heute hatte ich ja so eine Aufgabe auch mal rausgeguckt. Bezüglich der Flächenpressung auch wieder wie Druck, eigentlich genau wie Druck. Ob das eine Druckspannung ist, aber hier heißt es eben P, weil P eben für Druck steht und nicht für Sigma D. Sigma Druck war ja auf der anderen Seite, das ist ja dann hier das hier. Sigma D und P sind eigentlich gedanklich das Gleiche. Wenn es also um Flächen geht, ist auch wieder arschklar, okay, Rechteckfläche A mal B. In dem Moment, wo du eine Lagerung hast, in dem Moment, wo praktisch irgendwo so ein Bolzen hier in einer Schale gelagert wird, dann verstehe ich das doch schon. Im Grunde genommen drückt, such mal was raus, was auch ein bisschen größer und schöner und sichtbarer wird hier. Im wahren Leben ist es doch so, wenn ich das Ding hier reindrücke, dann wird sich praktisch die Hand an dem Umfang irgendwie anschmiegen. Und wo da jetzt die Kräfte alle liegen, sie stehen immer senkrecht auf der Oberfläche. Das weiß ich schon. Und das ist mir aber alles viel zu kompliziert. Darum haben wir die Formel entwickelt. P ist gleich F durch A, aber bei einer radialen Lagerung hier ist es nur das Schattenbild, also die projizierte Fläche von dem, was aus diesem Querschnittskörper heraus erwächst. Das würde also bedeuten, hier in diesem Kegel hier müsstest du wirklich das Schattenbild dieses Kegels haben, was man hier vielleicht unten so ein bisschen sehen kann. Ich will es immer nicht haben, weil es meine Kamera stört, aber du siehst schon, okay, da siehst du den Schatten jetzt, wenn ich in der Kamera das Licht mal ein bisschen weg mache, dann siehst du schon, dann ist das Schattenbild schon größer. Und ich rede nicht über den Umfang, sondern ich rede wirklich nur über die Schattenfläche. Und diese Schattenfläche heißt projizierte Fläche, merk es dir einfach. Also projizierte Fläche ist also nichts anderes als das, was wir da sozusagen als Schattenbild vorfinden. Hast du bei kreisförmigen Belastungen immer. Also, okay, auswählen. Jetzt kommen wir mal dazu. Das hier, da sind wir uns einig, da wollen wir hinterher die Bauteile ja noch benutzen. Das heißt, da wollen wir die Bauteile weiterhin nutzen. Und hier ist es aber so, und jetzt muss ich mal genau gucken, damit ich nichts verkehrt mache. Ich bin auch so ein Experte, der die Dinge gerne mal verwechselt. Hier hast du praktisch eine Stiftverbindung zwischen zwei Blechen. Und da ist es jetzt so, dass diese Belastung senkt, also quer zur Stabachse. Also die Stabachse ist längs. Ich habe jetzt, kann man ja hier so hinlegen. Die Stabachse ist längs. Und wenn ich dran ziehen würde, dann wäre es Zug. Wenn ich allerdings die Bauteile gegeneinander verschieben wollte, also die Teile sind so eingebaut und ich würde jetzt praktisch versuchen, die so zu verschieben, dann habe ich die Belastung in der Querschnittsfläche hier. Und dann ist es eine Scherung, dann reden wir von Schubbelastungen. Also oder einer Scherbeanspruchung oder einer Scherspannung. Wie du willst. Alles das Gleiche, kein Unterschied. Die Formeln sind wieder eigentlich immer nur F durch S, wenn du so willst. Allerdings musst du mal so ein bisschen gucken, wo die Reise jetzt hier so hingeht. Denn da ist auch das Formelheft nicht so richtig klasse. Das ist eigentlich sogar ein bisschen falsch, um ehrlich zu sein. Weil wir unterscheiden ja einmal auf die elastische oder wann mache ich zwei Teile draus. Weißt du, darum geht es immer. Wenn ich daraus zwei Teile machen will, dann schere ich richtig ab. Und da sind eben die unterschiedlichen Streck- und Zugfestigkeiten zu berücksichtigen. Und das macht diese Formelsammlung eigentlich schlecht und verblödet uns sogar ein kleines bisschen dabei. Aber belass es mal dabei. Hier sind die Formeln drin. Die setzt du in deiner NTG-Prüfung an, egal was die schreiben. Und dann siehst du schon eine Zugfestigkeit von 235. Dann weißt du schon, okay, dann ist diese Abscherspannung eben nur 0,8 mal diese 235. Das heißt, das werden wir auch gleich nochmal in unserem Beispiel sehen. Und dann hast du diese Scherspannung, bei der das Bauteil auseinander geht. Das wäre also richtig kaputt machen und nicht elastisch darfst du belasten und wieder zurück. Okay, das korrigieren sie hier über den Sicherheitswert und sagen, okay, hier würde das Material auseinander gehen. Und gegenüber dem entsprechenden Auseinandergehen habe ich hier einen Sicherheitswert. Wir machen es in der Technik echt anders, aber so bitte ist es hier geschrieben. Schreiben die also einen Sicherheitswert vor, wird der hier in Bezug auf die Abscherspannung gesetzt. Und das steht ja auch hier alles drin. Abscherspannung, Scherfestigkeit. Und dann hast du die TA zulässig, das heißt die zulässige Scher beanspruchen und so weiter und so weiter. Und das Ganze gilt jetzt eben auch fürs Stanzen, wenn du so willst. Beim Stanzen ist allerdings die Querschnittsfläche oft eine andere. Und ich habe hier mal eben gerade, während ich gequatscht habe, hier so ein Teil rausgesucht. Das ist nichts anderes als so ein komischer Schlüssel für meinen blöden Brux-Sattel habe ich mir gebraucht, einen gekauft. Und ich glaube, der hat so 250 Pfund da drauf gesessen und den total ausgeleiert. Dann musste ich ihn erst mal nachspannen. Und dann siehst du schon, hier vorne kommt eigentlich nichts anderes als die Mutter dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob die gerade mal passt. Jawohl, da hast du deine Mutter dazwischen. Dann willst du nichts anderes machen, als mit dem Ding also wirklich ein bisschen ganz, ganz selten mal irgendwas nacharbeiten. Und da das meistens auch zöllige Gewinde sind bei den englischen Bauteilen, passt der jetzt hier nicht ganz genau. Das siehst du ja schon selber, dass das eventuell vielleicht ein bisschen arg grob sein könnte, weil man dann außen die ganzen Spitzen der Mutter abscheren könnte. Aber wie auch immer, du kannst sehen, und darum zeige ich das auch nur, dass hier an der Kante irgendein Schnittenmuster entsteht. Man sieht hier so eine Riefenstruktur. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Ich muss mal ein bisschen ausrichten. Ich glaube, so müsste es besser sein, oder? Dann kann man das sehen. Dann siehst du, dass es so richtig wie so ein Riefenwerk hier ist. Da denke ich immer, ah, keine Ahnung, vielleicht ist es auch lasergeschnitten. Ja, das kann man daran erkennen, dass auf der anderen Seite hier zufälligerweise dann auch so ein richtiger Hohlriss ist. Das hast du beim Laserstrahlschneiden nicht. Da lernt du ausnahmsweise mal etwas, was ich eigentlich gar nicht erklären wollte, aber trotzdem irgendwo hier dann vorliegen habe. Wo ist denn das Ding? Hier. Laserstrahlschnitt wäre sowas hier. Da kannst du dann, sieht man hier in der Tat schon eine etwas andere Schnittstruktur. Das kann man also, ist aber auch so riefig, wenn du ehrlich bist, aber es ist doch ein bisschen anders und man hat hier keine richtigen Druckkanten, was man manchmal hier so sehen kann. Man kann richtig fühlen an der Kante, dass das Material hier irgendwie reingedrückt worden ist und auf der anderen Seite ausgerissen ist aufgrund dieser Ausfransung. Und wenn du so ein Teil bekommst, dann ahne mal bitte, wie kompliziert das ist. Dieser Schlüssel soll mit einem Mal ausgestanzt werden. Das bedeutet, du musst praktisch den gesamten Umfang rechnen, den gesamten Umfang von dem Schlüssel und dann mal der Dicke des Werkstücks. Dann hättest du gewissermaßen die Scherfläche, die entsteht und damit ist ja nicht nur außen, sondern auch dieses blöde, komplizierte Maulwerk da irgendwie gemeint. Du siehst schon, da steckt die eigentliche Schwierigkeit drin und für Stanzen eigentlich genau das Gleiche wie hier, nur mit der entsprechenden Scherfläche und so weiter. Und Biegung und Verdrehung, das sind natürlich Dinge, die im technischen Leben immer eine Rolle spielen, aber hier nicht weiter berücksichtigt werden. Das machen wir, wenn überhaupt, habe ich aber auch noch nie gesehen im Haku-Teil. Aber Biegung siehst du doch schon, wenn man das Bauteil so herunterdrückt, dann wird es sicherlich irgendwo außen gezogen, innen gestaucht. Das kann man hier sogar echt ganz gut sehen. Denn wenn ich so runterdrücke, dann siehst du, wie sich da unten die Falten so ein bisschen bilden. Weißt du, also man kann richtig, jetzt kann man es, glaube ich, fast ganz gut sehen, bilden sich da die Falten. Oben wird es gezogen, unten gestaucht. Verdrehen. Wenn ich das Bauteil torodiere, das hier mache, siehst du das? Dann siehst du schon, wie der sich aufwickelt hier. Also diese komische Dichtung, die ist geradezu ideal, um den ganzen Mist hier zu zeigen. Weißt du, wenn ich das verdrehe, dann ist das keine Biegung, sondern dann ist das Torosion. Und die Formeln, mit denen wir arbeiten, sie stehen hier. Ja, und das könnte dir tatsächlich passieren, dass sie dir irgendwie diese Daten hier mal so einfach mitgeben. Und dann müsstest du diese Formeln anwenden. Und dann heißt es für dich, bleib ruhig. Hast du in deinem ganzen Leben noch nie gemacht. Guck da rein, was da steht, was gegeben ist. Ein Hebelarm, eine Kraft, ein Drehmoment. Ein Drehmoment habe ich schon oben. Dann brauche ich dieses W. W kenne ich nicht. Da muss er mir die Formel für geben in der Aufgabenstellung. Und wenn ich dann das W kenne, dann kann ich die Spannung ausrechnen. Anders gesprochen könnte man auch sagen, ja, man muss Formeln manchmal ineinander einsetzen. Denn die Spannung ist vielleicht vorgegeben und die wollen nur die Bauteilhöhe haben und so weiter. Also was da jetzt war noch nie dran, darum lasse ich es auch immer aus und sage immer, wenn es soweit ist, musst du halt können und machen. So, und das ist die ganze Festigkeitslehre. Also eigentlich könnte man sagen, da jetzt eine eigene Stunde daraus abzuleiten, ja, Respekt, das lohnt sich ja gar nicht. Aber du wirst sehen, dass das Problem in der eigentlichen Aufgabe entweder insofern, als, jetzt muss ich mal schauen, ich habe mir das nämlich extra von Hand mal rausgemalt, weil ich gedacht habe, komm, so ein schöner Aufmacher, der muss dann auch irgendwie mal so ein schönes Bildchen haben, weißt du, so. So, und zwar in der Form, dass du entweder die Kräfte irgendwie aus einem geometrischen Bild ermitteln musst, dass du hier vielleicht die Anzahl von Nieten oder Anzahl von Seilen berechnen musst, so kennt ihr die Aufgaben ja allesamt. Oder wie hier einfach mal so eine richtige hässliche Querschnittsfläche, die eigentlich, wenn man kann, ist alles einfach, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, dann zu berechnen. Und ich hätte jetzt ehrlich wieder die Frage, wenn eine von diesen drei Aufgaben, mit welcher wollen wir antworten,